Die Polizei in Lignano hat im Zuge von Kontrollen gegen Alkoholexzesse am Fronleichnamwochenende wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung eingreifen müssen. Dutzende Jugendliche, darunter mehrere Österreicher, haben sich auf dem Hauptplatz versammelt. Einige von ihnen sind wegen Trunkenheit, Obszönitäten und Urinierens auf der Straße aufgefallen. Einige betrunkene Touristen feierten ohne Masken und mit lauter Musik, was zu Protesten der Einwohner geführt hat, und haben große Flaschenmengen hinterlassen. Die Carabinieri haben mit zwei Patrouillen eingegriffen, um die Situation unter Kontrolle zu halten. In den frühen Morgenstunden bewegt sich die Menge der jungen Leute allmählich in Richtung Strand und verteilt es sich in den Straßen des Zentrums, wobei sie Müll hinterlassen hat. Der Bürgermeister von Lignano Sabiadoro, Luca Fanotto, spricht von einer unerträglichen Situation. Wir waren auf diesen Ansturm am Wochenende unvorbereitet. Niemand hätte das erwartet. Ich habe die Polizei gebeten, auch diesen Abend Kontrollen zu organisieren, so der Bürgermeister. Alkoholexzesse in Lignano zu Pfingsten und von Leichnam waren in den Jahren vor der Pandemie keine Seltenheit.